Da war ich neben der Jigsaw Box vorne. Okay. Ich fäng dir schon geil an. Und der ist bei... Was der ist bei dir? Jaja. Was heißt denn bei dir? Direkt auf. Äh, an diesem, äh, Ruinengebäude links. Ach, da wo ich grad durchlaufe? Wahrscheinlich. Ja, lauf mal geradeaus weiter, da hörst du mal raus. Weiß den. Läuft zu, Dustin? Ne, zu mir. Er hat doch keine Hut auf. Wenn du jetzt nach links gehst, das ist ein Genie. An dem sitze ich. Mhm. Der? Ja, genau der. Oh, geh doch bitte weg. Dennis, ich möchte das nicht. Ich möchte das nicht. Der? Ach, Mensch. Was machst du denn? Ich hab doch gerade nein gesagt. Alter. Ich hab doch gerade nein gesagt. Auch wenn Dennis wahrscheinlich um mich rumtanzt, sich permanent in seinem Anwesenheit hielen kann. Und Matze im Alleingang alle Motoren macht. Und Rolle totes. Dankeschön. für deinen Zuverständnis. Wer ist denn noch bei dir? Und wir rennen, rennen, rennen. Kommen wir zu uns? Ich weiß es noch nicht. ich glaube ja mit den genie hier ist schon fast fertig ich habe sie schon dreimal gestern ist das gut ich glaube die ist böse mag ich nicht so ein gemacht kannst du bitte gehen danke hallo er hat bitte gesagt ich kriege als belohne eine maske auf dem kopf muss ja corona konform sein muss man ganz kurz aus dem spiel rausklicken da möchte jemand gewandt ein bot hier ja der hat das gut werbung gemacht weil sie irgendwo ein brennendes totem seht wer krug macht ja ich bin schon am gucken die hat nämlich einen block dabei das hat jetzt ein brennendes totem erschaffen und solange das existiert habe ich keinen ordentlich quasi blind also ich kann sie nicht nicht krieg sie nicht wahrnehmen vom pulz her und so hat da jemand auf dem weg zu dir ach so du bist schon ich mache hier meine kiste auf und jemand zu dir dennis und bist schon naja sie jagt auch sie suchten das sind zum ersten jagen das nicht wahrscheinlich ja die sie liegt direkt bei mir ich führe mich dann um das denn ich habe gerade erst angefangen das ist gut weil dann habe ich noch zeit die falle weg zu machen hier bei mir hängt eine karte die karten bringen übrigens die einsammelt sie bringen punkte so gehen nächste hälfte fertig natürlich war die falle nicht die richtige was bist denn du schon wieder hier geht doch bitte weg eines bei dir so wollen wir den genie fertig machen das irgendwie nicht so super denn es ja das ist egal ja aber dass sie mich ja für der account dann nicht passiert nichts sie geht weg von mir ja sie läuft uns entgegen läuft uns geben ich hab's totem gefunden mein counter ja das ist nicht meint das ist von das die meint das wurde schon zerstört wenn ich glaube zumindest das war so natürlich war es auch nicht die falle oh man ja ich bin schon auf dem weg ich schleiche gerade dorthin ich komme direkt zu demjenigen der genie stellt die kleinsten läuft am großen haus und lang läuft gerade weg von mir ok ich bin da auch gerade wer arbeitet denn am ach so du hast die falle abgemacht vom kopf ist nicht bei dir hol dir erst mal das denn das denn den knieträger eine kümläuft zu das denn ok kannst du da hinten die ist weit weg ich sehe das habe ich gar nicht gesehen ja pass mal weg trotzdem naja die fürst das pinke totem bedeutet was das ist das das ist dein flug totem für dich quasi solange es aktiv ist dass du unter nebeneffekten halt dass er zum beispiel halt auch nicht wahrnehmen kannst und solche späse das ist halt etwas wo ist jetzt schon wieder hat die das jetzt gesehen ne anscheinend nicht die sucht gerade ihre fallen ab ich bin gerade an dem genie wo wird das denn jetzt gerade ganz schön eng ja theoretisch reicht die zeit für alle vier fallen äh kannst du mich mal halten warte bäh fuck was ist denn bei dir passiert ich hab mich vom genie weg gezogen ich hab schon um die ecke geguckt aber der kam direkt auf der ecke wo ich nicht viel sehen konnte ja das ist bitter deswegen konnte ich da schlecht was machen oh darfst du ihn oh darfst du ihn hoffentlich bist du an der letzten Falle gar nicht ansonsten das ist ein problem kann die falsche zu sein der läuft weg oh oh dann wirds bitter auch das dien so dann auf zur rolle auch das dien bäh Madame ist hier bei uns in der nähe ich hab sie gerade gesehen sie geht sie geht in die ruine ich glaube hier ist die ecke wo dein genie war hinter dem holz ja ja da kann man wirklich schlecht sehen da kam die halt von links an hier außen ist auch noch ein genie an den geh ich jetzt dran die schleicht auch in der gegend rum da wo du grad bist in meinem alten genie ja ja den hat sie gerade getreten und ist jetzt wieder im schleichmodus ja ich seh so und schleicht im uhrzeigersinn weiter ja ja ich seh so ist sie noch dort? ach du bist dort äh sie ist bei Kim sie hat mich fallen gelassen achso kommt bestimmt her läuft die zurück weil die hat die Falle vergessen ne die hebt eben hoch ne die hat die Falle vergessen deswegen hat sie nochmal los gelassen und war fast draußen ich gehe retten gut der genie an der äh ruine nach draußen der war schon zur hälfte fertig oder so ja die hat er ja getreten ja weißt du wo sie hin ist? sie ist äh von mir aus nach links also äh richtung zu diesem abrisshaus also von dir aus gesehen rechts ja genau da in die richtung ist sie gelaufen ja genau da in die richtung ist sie gelaufen alle ist weiter weg hol Kim dankeschön da gehe ich dann hier gleich an die box ran gut ich sterbe jetzt nein leg mir noch eine Falle um den Kopf total dämlich das ist halt Verschwendung von der Falle jetzt gewesen doch gut aber sie wusste wahrscheinlich nicht dass sie schon Doppeltoe sind hat nicht hingeguckt oh oh brenn des Toten natürlich warst du Falscher das ist halt wirklich immer Zufall ne also der genie hinterm holz der war jetzt schon zum zum dreiviertel fertig die ist bei Kim ja ja ich bin voll in ihre Arme gerannt ja Achtung ich gehe weg ja sie ist hinter dir wo noch Sack gut ausgerilden ist noch bei Kim in der Ruine gerade und Kim rennt in die Sackgasse sie kommt zurück hängt Kim direkt auf die Ruine sie bringt sie in den Keller aber Kim schafft es nicht, sie fressen, na schade jetzt bist du direkt hierher ja, würde ich auch machen sie ist jetzt beim KMG, die ist gerade links rum also ich nicht zum Kühler schalten kann wäre ja auch zu unfair aber sie wird hier runter kommen auf jeden Fall oder am Ausgang warten oben gibt es noch einen Ausgang? ja, also es gibt zwei Treppen, aber die fallen ja beide in die Mitte von dem Raum oben also das wird so auf jeden Fall Alter, so wie du die Kamera bewegst, wird mir schlecht ja, ich muss aber gucken ich weiß so, dann gucken wir mal weiter ich meine, hier unten ist auch ein Genie, so ist es ja nicht und die aktivieren dann, dann wird deine Falle aktiv ich meine, du hast da noch drei Fallen zu checken, das geht schon eigentlich gut, du kannst da beide Treppen im Blick holen also rein, rein gibt es aber drei Wege hier rechts oben ist noch ein Loch, wo du reinfallen kannst ok also bei dir auch nein, ich weiß das doch nein, ich weiß das doch das seh ich nicht ich hab mich nicht gesehen nein, der läuft da von drüben nach ich hab mich auf die Felder durch ach man ach fies das war knapp ich dachte du hast schon diesen Perk, diesen Spezialen das ist kein Perk nicht? ich dachte du das kriegst du nur mit einem Perk, diese Funktion nö du musst das einstellen das war in den Einstellungen drin das war in den Einstellungen drin ach das muss man in den Einstellungen drin ja da bekommst du, ich glaube 10 Games in Folge dafür 20.000 Punkte jeweils ok das kann ich das einfach in ja das Ding dachte ich auch also kann ich das einfach in den Einstellungen umändern das kannst du einfach umändern wenn du das wissen ok dann mach ich das noch ja das sieht einfacher aus als diese ADAD ich glaube das funktioniert tatsächlich auch schneller wenn du das gut triffst ja zumindest das ist die jetzt noch bei dir? ich weiß es nicht ich weiß es nicht sie ist zurecht geschlichen aber hat ja nichts zu heißen ist hier so verwinkelt hello hello it's mean mutig ne ja wir haben hier keine große Wahl mehr es wird darauf hinauslaufen dass einer von euch in den Luke gesungen ist ne ja entweder das oder wir steppen beide also alles andere scheint mir sehr abwegig sei denn ich schaff sie ewig hinzuhalten dass du zwar gehen nicht schaffst in der Zeit wir machen jetzt einfach hier unten den oder? ne ja aber die wird ja sehr wahrscheinlich jetzt gleich hier runter kommen wäre sie ja schön blöd finde ich wenn sie nicht schon auf dem Treppen steht die kommt Oceanbow ja die ist es einfach gemerkt da drin ist sie bei dir? ja 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 die ist es einfach gemerkt da drin ja ja NEIN verlängte es hier unterfäll nicht ich jetzt löt zu dich zu dir raus hast die sucht sie kommen zu dir das war die genie und bei mir jetzt sind sie mich doch mit wo geht man hin denn es stoppt dann ja ich kann jetzt nicht machen ich kann jetzt eigentlich gerade nur auf abstand gehen und hoffen die luke zu finden anders kannst du dich läuft vor dir links in richtung ja ja ich hab's gesehen okay du hast nicht so viel zeit dich zu verstecken du solltest halt die luke haben muss halt riskieren und direkt zu dir die war hinter dem baum schon du machst du machst die tür auch langsamer auf die erde für einen vork ach geh doch weg was ist denn mit dir warum rennt sie jetzt weg das verstehe ich jetzt nicht wo wieso sie weg rennt ja wahrscheinlich um mich verboten zu lassen ne das glaube ich nicht die zeitrechte finde ich aus oder hat man eine falle geholt ne kann sie nicht ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020